Das Besondere an Samyatins Buch ist, dass es eine Vorwegnahme des Sowjetreiches ist, entstanden in den 1920er Jahren. Er schrieb das 1920 und verschwand dann übrigens unter sehr, sehr mysteriösen Umständen in den 30er Jahren, glaube ich. 1920 malte er sich diese perfekte Stadt aus, eine Stadt aus Glas, in der alle Mauern aus Glas sind, aus transparentem Kristall. Aus Glas also? Aus durchsichtigem Kristall, ja. Übrigens, auch Dostoyevsky verwendete im Zusammenhang mit Utopien und perfekten Städten den Begriff Kristallpaläste. Da findet sich der Gedanke wieder. Utopie als Verneinung der Undurchsichtigkeit. Exakt, die Transparenz ist gleichermaßen ein Zeichen von Perfektion und ein Mittel zur Einkärkerung, wie ich es nennen würde. Die allumfassend ist, denn es gibt ja keine Privatsphäre mehr. Alles wird vom Staat überwacht, unterliegt seiner Macht. Dann ist es wohl auch nicht so abwegig, wenn man die modernen Verwaltungsgebäude als Kleinstinkarnation von Utopie betrachtet, mit ihren Glasfronten und mit ihren Großraumbüros, in denen jeder jeden beobachten kann. Sicher, man könnte sogar fast so weit gehen zu sagen, das Konzept Open Space ist eine Art von Spätfolge der Utopie. Eben sprachen wir vom Sowjetimperium, das ist davon übrig geblieben. Wir sehen die Demontage der Lenin-Statue in Addis Abeba im Jahre 1991 nach dem Zusammenbruch des Sozialismus. Lenin scheint in der Luft zu schweben, so als ob er den Boden unter den Füßen verloren hätte. Jedenfalls, das bleibt von der Utopie, wenn die Freiheit zurückkehrt, die Unvollkommenheit des Menschen. Absolut, aber allein schon die Vorstellung ist amüsant, ein Bronze-Lenin mitten in Afrika, das ist so abwegig, das geht ja geradewegs in Richtung Utopie. Aber eben eine fragile Utopie, die Gott sei Dank nicht unsterblich ist, im Gegensatz zu den Vorstellungen der Millenaristen oder auch des Marxismus selbst. Auf der anderen Seite hätte man ja auch denken können, dass mit dem Fall dieser Statue, mit dem Fall der Sowjetunion, auch die Ideen, die zur gescheiterten Utopie führten, erledigt seien. Aber das ist paradoxerweise nicht der Fall. Im Gegenteil. Wenn die menschenverachtenden Regime stürzen, die sich auf eine Utopie beriefen, dann kehrt die Utopie wieder zurück. Sie ersteht wieder wie ein Phönix aus der eigenen Asche. Das heißt, die Utopie als Idee ist unsterblich. Entweder sie verwirklicht sich oder sie erfindet sich neu. Ich finde das Beispiel Lenin in dieser Hinsicht besonders interessant und bezeichnet. Lenin hat eine gute Presse. Er kommt gut weg. Trotz der Ereignisse um die Molderei von Kronstadt, trotz der Massaker Anfang der 20er Jahre. Stalin wird natürlich gemeinhin verdammt. Lenin aber kommt immer noch gut weg. Ist der Beweis für diese Jahr etwas paradoxe und für meine Begriffe auch beunruhigende Beständigkeit des utopischen Denkens. Das heißt, die Idee, die Sehnsucht nach Utopie stirbt nicht, mit dem Untergang der Systeme, die sie verkörpern. Nein, denn das entspricht letztlich einer Grundvorstellung der menschlichen Kultur und des menschlichen Denkens. Dass man nämlich Perfektion erlangen kann. Dass man religiöse Werte auf die weltliche Sphäre übertragen kann. Darin liegt vielleicht im Grunde, wie ich glaube, auch Chesterton meinte, eine ewige Utopie. Lenin wäre dafür durchaus ein passendes Symbol, auch wenn er es selbst wohl nicht gern gesehen hätte. Damit kommen wir, Frederik, wieder an den Anfang der Sendung zurück. Zur Aussage, dass die Utopie nicht existiert, dass ihr Daseinsgrund darin besteht, nicht zu bestehen. Denn wenn sie Realität wäre, würde sie entweder totalitär werden, um die Unvollkommenheit der Menschen zu korrigieren, oder sich damit abfinden, aber dann kann sie nicht funktionieren. Vielleicht können wir sagen, sie will existieren, um jeden Preis, und mit allen noch so schrecklichen, todbringenden Mitteln. Aber sie kann nicht existieren. Das ist ihr ganzes Drama. Übrigens vielleicht auch das des 20. Jahrhunderts. Vielleicht ist das Prinzip der Utopie einfach nur der Gedanke, dass eine andere Welt möglich ist. Was den Wunsch beinhaltet, ihn nicht zu verwirklichen, denn damit hörte die Möglichkeit der anderen Welt ja auf. Das heißt, wenn man den Wunsch nach der anderen Welt ständig aufrechterhält, kann das vor der Versuchung schützen, diese auch wirklich zu erschaffen. Ich glaube, die ersten Utopisten waren die Sophisten, und sie sind auch eine, und ein besonders Begabter. Nein, die Sophisten sind die Väter der Demokratie, Frederik. Aber im Moment geht es mir um die Utopie. Um die Frage, warum Utopien so oft zu Massakern und Vernichtung führen. Äthiopien ist dafür ein Symbol. Genau, aber das war die Umsetzung, nicht mehr die Utopie. Denn das Erstaunliche ist, eine Utopie funktioniert wie ein Wunsch. Ja, wenn sie so wollen, wie das Verlangen auch. Die Utopie hat keine Erinnerung. Sie verdrängt Erinnerung sogar. Sie ist eine Verdrängung der Erinnerung, wie sie auch eine Verdrängung des Zufalls, eine Verdrängung der Geschichte ist. Weil sie kein Gedächtnis hat, keine Geschichte, kann sie immer wieder aus ihrer Asche neu hervorgehen, selbst wenn ihre Verwirklichung von den Flammen der Hölle begleitet wurde. Was ich auch spannend finde, ist die Vergänglichkeit dieser Bronzestatue, die ja für die Ewigkeit gebaut war, aber schon nach wenigen Jahren von einer wilden Menge unter großer Begeisterung demontiert wird. Das ist die Revanche der Geschichte gegenüber der Ewigkeit. Oder andersherum gesagt, könnte man auch sagen, das ist der Sieg der Realität über den Traum. Oder eben der Wirklichkeit über einen Traum, der zum Albtraum geworden ist, der sein wahres Gesicht gezeigt hat und damit dem Bedürfnis weicht, dem wiedergefundenen Verlangen eben, dieser Menschen nach der Rückkehr zu ihrem wahren Leben. Zu meiner letzten Frage. Die Ausrichtung auf die Zukunft ist ja für die Utopie etwas Wesentliches. Kann das als Sehnsucht nach Zukunft, als Wollus des zukünftigen, wie Nietzsche sagt, verstanden werden? Als nostalgische Betrachtung der Welt aus dem Blickwinkel dessen, was nicht ist? Wissen Sie, mit anderen Worten, Utopie spiegelt unser Bedauern wieder, in einer Welt zu leben, der etwas fehlt. Und das wäre vielleicht Ihr Mehrwert. In der Utopie zeigt sich, was die Realität uns nimmt. Da stellen Sie mir schon wieder so eine Falle. Dafür bin ich doch da. Indem Sie uns erklären wollen, dass die Utopie irreal ist. Ich glaube, sie hat nichts mit Sehnsucht zu tun. Sie trauert nichts nach. Sie verfolgt vielmehr ein Ziel, die Realität infrage zu stellen, die Natur völlig neu zu gestalten, die Natur der Dinge, die Natur des Menschen. Deshalb widersetzt sie sich dem Zufall. Ihr Standpunkt ist kein bedauernd nostalgisch zurückblickender, sondern zumeist eher aggressiv. Interessant. Und ohne diese Aggressivität wäre sie nicht, was sie ist, wäre sie nicht mehr Utopie, sondern vielleicht Poesie, Literatur, Religion oder Ähnliches. Darauf können wir uns einigen. Auf die Poesie. Es lebe die Poesie. Auf die Literatur. Vielleicht ist die Poesie sogar das einzige wirklich glaubwürdige Mittel gegen die Utopie. Die übrigens selbst sogar bereit war, sich der Poesie zu unterwerfen. Cabet schreibt in seinem wunderbaren Roman von Poeten, die vom Gemeinwesen finanziert werden. Sie meinen die Reise nach Icarien. Etienne Cabet ist Icarien. Mit ihm als Icarus. Danke, Frederic. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Danke. Danke. Das war's für heute. Das war's für heute.